Ja, ja, ja. So, Leute, der 34. Spieltag steht vor der Tür und neben der Deutschen Meisterschaft gibt es noch Showdowns um die europäischen Plätze und natürlich um den Klassenerhalt. Für mich persönlich, ja, geht es auch noch um was, denn ich möchte eine dreistellige Platzierung in der Championship haben, aber es soll heute nicht nur um mich gehen oder um die Akteure auf dem Platz, sondern auch um euch. Und vom 34. Spieltag, bei dem ihr auch die Aufstellungen einsehen könnt am Samstag um 14.30 Uhr, fragt man sich manchmal, wofür der ganze Bums hier? Ja, ich sag's euch, denn ich hab ein paar Optionen für euch, die, ja, vielleicht ein paar Kracher ermöglichen könnten und das schauen wir uns jetzt in dieser Folge genauer an. Viel Spaß, gehen wir rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode All Eyes on Championship, bei der ich die Ehre habe, euch durch diese Folge zu begleiten. Janni hat sich mal eine Auszeit genommen, vielleicht weil er auch eingesehen hat, dass ich in der Championship die bessere Platzierung hab, deswegen, warum mach ich das eigentlich nicht schon die ganze Zeit? Naja, ich hab ja auch schon gut daneben gegriffen, aber ich glaube, vor dem 34. Spieltag gibt's supergeile Optionen aufgrund dessen, dass man die Startaufstellungen einsehen kann und deswegen kann man viele Hochkaräter aufstellen, aber ihr wisst's ja auch, ohne Moos nix los. Deswegen müssen wir aufs Budget achten und ich hab zu Beginn erstmal vielleicht ein paar geile Lückenfüller, die euch nicht nur Punkte bereichern könnten, sondern auch die Möglichkeit schaffen, eben die großen Granaten aufzustellen. Schauen wir mal rein. Also wie Janni 1 zu 1 den Bildschirm farblich übernimmt, keine Ahnung, aber kein Problem, ich zeig euch die Spieler einzeln, ihr werdet alles erkennen. Deswegen beginnen wir im Tor. Da kann man nämlich sofort Budget sparen und sich auch geile Punkte rauskratzen, vor allem wenn wir hier weit scrollen. Darum geht's ja jetzt erstmal im ersten Teil. Ihr seht also unter einer Million Olschowski, Bredlo und ab 2 Millionen Kubek, Schwebel, Schwolo und dann eben auch noch Fährmann ab 3 Millionen. Ich hab hier eine ganz klare Meinung. Ich würde nämlich auf jeden Fall mit Kubek gehen, davor warum nicht mit den anderen. Bredlo hat mich einfach bisher nicht überzeugt. Ihr seht da zwar einen grünen Balken, aber auch bei einem 4 zu 1 gegen Mainz würde ich die Finger von lassen. Olschowski, klar, es könnte sein, dass Omlin wieder spielt, aber auch das könnt ihr wieder einsehen, wenn er den spielen sollte. Da sind zwei grüne Balken dabei, mega. Aber wer mir alles ein bisschen zu wackelig, zumal ich mir vorstellen kann, dass Omlin wieder spielt. Schwäbe hingegen, da geht's gegen die Bayern. Ich gehe jetzt noch nicht auf die Matchups ein, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, da können's ordentlich knallen. Klar, für die Keeper kann's manchmal Sinn machen, weil sie viel zu tun kriegen, aber ich glaube, das wird eine harte Nummer. Schwolo sah nicht gut aus. Es hieß ja eh schon, dass wenn Fährmann fit wird, dass Fährmann spielt. Da aber auch Leipzig hätte ich ein bisschen Bammel. Deswegen gehe ich mit Kubek, der in den letzten drei Spielen richtig, richtig stark performt hat und es den Dortmundern so schwer gemacht hat. Deswegen, jetzt gegen Gladbach kann ich mir zum einen vorstellen, dass er ein paar Bälle hält, aber eben auch zu Null ist auch möglich. Deswegen ist Kubek auf jeden Fall eine geile, geile Low-Budget-Variante und den packen wir uns einfach mal rein. Und nur damit keine Missverständnisse entstehen, das hier ist nicht meine Startelf, sondern ich wollte euch lediglich aufzeigen, wie viele Optionen für den kleinen Geldbeutel es am Wochenende gibt, wenn sie denn natürlich spielen sollten. Ich gehe jetzt auch nicht auf jeden so detailliert ein wie auf Kubek, aber jetzt hier gleich mal der Schnelldurchlauf. Und beginnen wir mal in der Abwehr. Ihr seht schon Halstenberg unter einer Millionin. Ja, hat natürlich auch einen Grund, das Spielerprofil sieht jetzt erstmal nicht allzu attraktiv aus, aber 84 Punkte gegen die Bayern, klar, man hat 3-1 gewonnen, aber das finde ich, kann sich trotzdem sehen lassen und ich sehe ein gutes Matchup gegen Schalke. Klar, die werden sich auf jeden Fall wehren und die werden es den Leipzigern schwer machen, aber Leipzig wird keine Geschenke verteilen, will sich aus Pokalfinale vorbereiten. Also wenn Halstenberg spielen sollte, glaube ich, geben die da ordentlich Dampf und dann unter einer Million, ihr seht es ja, ob er spielt oder nicht, auf jeden Fall mit einpacken. Gleiches gilt für Klostermann, 3,5 Millionen. Hey, warum nicht? Warum nicht? Dann haben wir daneben zwei 500 Kala. Fosu Menza sollte eigentlich starten aufgrund der Sperre von Incapier. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man eine Dreierkette mit Baka, Tabsoba und Tau spielen wird. Deswegen, warum nicht Fosu Menza reinstellen, 500.000, klar, wie repräsentativ ist dann hier so ein Spielerprofil, weiß man nicht, aber auch da das Matchup gegen Bochum kann ich mir gut vorstellen, zumindest auf dem Blatt Papier, ihr wisst Bescheid. Jeckel, letztes Spiel gestartet, hat da 78 Punkte geholt bei einer 4-2 Niederlage, das kann er sich auf jeden Fall sehen lassen. Wenn er starten sollte gegen Bremen, hey, Union daheim, besonders die Defensive, muss rein, vor allem für 500 K, klar, und dann kommen wir auch schon zum Mittelfeld. Und ihr seht ganz oben schon Amiri, ein weiterer Spieler von Leverkusen, der ebenfalls von einer Sperre profitiert, denn Demi Bayer ist gelb gesperrt. Das bedeutet für ihn sehr wahrscheinlich die Startelf, wir können auch mal hier ins Profil reinschauen, klar, da sind so ein paar Kurzeinsätze dabei, das sieht dann nicht so geil aus, aber dann auch gegen Leipzig, ihr erinnert euch, mit dem Elfmeter, das kann auf jeden Fall Sinn machen, er wird sie dann wahrscheinlich auch treten, kann ich mir gut vorstellen. Und dann von Beginn an gegen Bochum, wie gesagt, ich will Bochum überhaupt nicht unterschätzen, die können sich immer, immer wehren, haben das auch sehr gut gemacht in den letzten Wochen, aber auf dem Blatt Papier ist es ein Matchup, mit dem man auf jeden Fall gehen kann, und wir reden ja hier auch von den Lückenfüllern. Deswegen, ja, Amiri für 2,5 Millionen, auf jeden Fall eine gute Option. Mit Haidara haben wir die womöglichst teuerste Personalie, mit 5,6 Millionen. Ich habe ihn einfach mal reingepackt, Kampel könnte auch spielen, Kampel ist sogar noch günstiger. Ja, ich wollte jetzt nicht beide aufstellen, es geht auch gar nicht, weil es zu viele Leipziger sonst gewesen wären. Deswegen, Haidara macht auf jeden Fall Sinn, ist ja auch jemand, der immer wieder eine offensive Komponente reinbringen kann. Deswegen, Haidara, warum denn nicht? Machen wir dann weiter im Mittelfeld, und zwar mit Keitel. Ebenfalls ein Profiteur einer Sperre, nämlich der Rutschberre von Höfler. Er hat ein Marktwert von 500k, also für uns super, super attraktiv. Natürlich muss man dann auch entsprechend die Erwartungen anpassen, wenn man ins Spielerprofil schaut. Aber bei einem 4-0 gegen Schalke, 110 Punkte, finde ich schwer in Ordnung. Klar, kommen da viele Teampunkte dazu, da muss man die Rohpunkte dann auch genauer sehen. Aber, wie gesagt, 500k, warum, warum nicht? Loschek habe ich auch nochmal mit reingepackt. Einfach, ja, als Möglichkeit im Sturm, klar, Asmund könnte auch spielen. Ist jetzt auch nicht sehr viel teurer, deswegen auch nochmal zwei Optionen, die ich einfach mit an die Hand geben wollte. Beenden tun wir das Ganze dann im Mittelfeld mit Laidoni. Wir gucken da mal rein. Oh, zwei grüne Balken, zwei Tore bei 590k. Ja, da besteht natürlich eine gute Chance auch auf die Startelf. Und warum soll das nicht ein drittes Mal machen? Das sagt man immer so einfach, aber wenn man sich die Form anschaut, warum denn nicht? Ihr habt gar nicht so viel zu riskieren. Und nochmal, Lückenfüller, 600k, zwei Kisten in den letzten zwei Spielen. Hey, warum nicht? Warum nicht? Deswegen, Laidoni, auf jeden Fall auch eine gute Option, meiner Meinung nach. Und im Sturm, ja, Asmund habe ich schon erwähnt, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Ein bisschen über 500k hat es ein bisschen über die Schwelle geschafft. Luca Waldschmidt hatte da auch bei seinen Einwechslungen gute Leistungen gezeigt, hat dann eben auch das Lob von Kovac geerntet. Und da könnte ich mir vorstellen, vielleicht steht er in der Startelf. Wenn er nicht in der Startelf steht, würde ich ihn als Joker nicht bringen. Da bin ich auch zu ehrlich, das wäre mir zu riskant. Da finde ich, gibt es andere Spieler in dieser 500k-Sphäre, die mir da deutlich besser gefallen oder sichere Punkte bringen. Deswegen, nur wenn er in der Startelf steht, könnte es mal probieren. Gegen die Hertha, klar, die haben auch nichts mehr zu verlieren. Die könnten vielleicht frei aufspielen, aber grundsätzlich muss man sagen, gegen den Absteiger müsste man ihn dann bringen, bei dem Marktwert und bei der Aussicht nach dem Lob. Also, warum machen wir das Ganze hier? Natürlich, zum Spaß. Der steht an allererster Stelle, aber den hat man natürlich auch, nur dann, wenn die Punkte geil reinrasseln. Und wenn ich mir jetzt meine Platzierung anschaue, bin ich schon eigentlich ziemlich stolz. Platz 1400 da in der Gegend rum, aber ich sehe auch zwei Highscores bei mir in diesen Top 5. Das sind 1478 und 1609. Die sollte man auf jeden Fall toppen können. Besonders mit dieser super geilen Möglichkeit, dass wir alle Aufstellungen einsehen können. Und da gibt es nämlich, ja, geile Hochkaräter, die ich mir in mein Team packen möchte. Aber ihr kennt's, das Budget. Deswegen haben wir uns diese Spieler rausgesucht, damit ich mir gleich eine richtig, richtig krasse Elf raussuchen konnte. Aber davor schauen wir nochmal ganz kurz auf den Spieltag. Als selbsternannter Fußballromantiker will ich natürlich Stuttgart siegen sehen. Ich will Bochum siegen sehen. Und ich will auch Schalke gegen Leipzig siegen sehen. Aber als Kickbase-Manager muss man eine ganz andere Brille aufsetzen. Oder zumindest die andere absetzen. Je nachdem. Nichtsdestotrotz muss ich humorlos rangehen. Ich will meine Highscores knacken. Und deswegen gibt es da kein Erbarmen. Auf dem Blatt Papier ist Leipzig die stärkere Mannschaft. Gar keine Frage. Deswegen will ich Leipziger aufstellen. Dortmund wird aus allen Rohren schießen. Gegen Mainz auf jeden Fall aufstellen. Und auch die Bayern wollen da nichts dem Zufall überlassen. Deswegen sind das drei Teams, auf die ich auf jeden Fall gehen möchte. Und das ermöglichen mir meine Lückenfüller. Schauen wir rein in meine Aufstellung. Und da ich ebenfalls All-In gehen muss, will ich viel Offensive aufstellen. Und deswegen gehe ich mit einer Aufstellung, die ich liebevoll das Formel 1 Auto nenne. Nämlich 4-2-4. So, und das sind sie. Meine drei auserwählten Lückenfüller. Und das meine ich so lieb, wie ich es nun meinen kann. Kubek, Fosu Mensa und Kampel. Fosu Mensa, falls er dann doch nicht starten sollte, könnte es vielleicht auch einen Jekyll tun. Ihr habt ja gesehen, was es da in der Abwehr noch für Varianten gibt. Vielleicht noch einen Halstenberg, vielleicht noch einen Klostermann. Je nachdem, was halt hier eben abgeht. Und was mir diese drei Spieler jetzt ermöglichen, das zeige ich euch. Denn ich konnte meinen Augen selber fast gar nicht trauen. Ich ballere jetzt erstmal die Abwehr voll. Und ich muss, glaube ich, zu keinem von diesen Spielern überhaupt irgendwas sagen. Linker Verteidiger. Ja, ich muss nicht scrollen. Joao Cancelo. Innenverteidiger. Ich muss gar nicht scrollen. Matthias Delirt. Rechtsverteidiger. Ja, dann müsste ich scrollen. Ich tippe es aber einfach mal ein. Nämlich Masuawi. Den packe ich mir auch noch mit rein. Und schon ist meine Viererkette voll. Ihr seht also schon, das Vereinslimit direkt ausgeschöpft bei den Bayern. Mit drei Personalien in der Verteidigung. Dann muss sich Kampel ja auch wohlfühlen. Deswegen habe ich noch zwei weitere Brauseboys. Nämlich im Mittelfeld. Einmal Soboslai. No-Brainer. Und im Sturm. Kein Gerieren. Als ein Kunku, der auf jeden Fall Bock auf die Torjägerkanone hat. Deswegen, glaube ich, wird der richtig, richtig Gas geben. Und ihr kennt ja jetzt schon den Muster. Drei Bayern. Drei Leipziger. Und drei Positionen sind noch frei. Ich habe es vorhin gesagt. Humorlos. Ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Und ihr seht auch noch das Budget. 80,8 Millionen. Deswegen packe ich mir rein den guten Adeyemi, den guten Alea und, wen du überraschst, Donjel Mahlen. Und somit steht meine Elf. Und ich habe noch vier Millionen über. Das heißt, ich könnte hier und da nochmal ein bisschen taktieren, ein bisschen umstellen, wenn es bei den Aufstellungen irgendwelche Überraschungen gibt. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine großen Bedenken. Und wenn ich mir die Elf so anschaue, dann ist es ein ordentlicher Brecher. Klar könnte man überlegen, ob man in der Offensive nochmal auf Bayern geht, weil die da auch alles geben werden. Aber offensive Akzente sehe ich auf jeden Fall bei Cancelo, Masraoui und Delicht eh eine Bank diese Saison. Deswegen habe ich mich in der Offensive lieber für die Dortmunder entschieden, die sowas von in Form sind. Ein Kunku, wie schon gesagt, die teurige Kanone haben will. Und Soboslai, ja, auch Dauerbrenner. Deswegen sieht das für mich nach einem ziemlichen Brett aus. Und ich hoffe, dass ich da zumindest die 1478 Punkte, die ich auf jeden Fall knacken muss, knacken kann. Ich habe aber keine Bedenken. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, ob ich das knacken kann. Aber irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, wie das nicht passieren soll. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was ist das für eine geile Elf? Natürlich ist man von seiner eigenen Elf immer hype, weil sonst hätte man sie ja so nicht aufgestellt. Ich finde aber, wenn man hier langsam durchscrollt, liest sie sich sehr, 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 sehr gut. Und bitte, lasst mir eure Meinung da. Vielleicht sagt ihr auch, Alter, Junge, Schalke will sich sowas von wehren. Leipzig holt da gar nichts. Bitte, schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Takes. Aber ich glaube, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich definitiv kein Zweitliga-Experte. Deswegen müssen wir den Abstrich heute machen. Aber keiner von euch hat den MVP richtig getippt. Das könnt ihr für die zweite Liga natürlich jetzt auch wieder machen. Schreibt es unten in die Kommentare, den Spieler ausgeschrieben. Richtig in der korrekten Schreibweise und eine Punktzahl. Und dadurch, dass es keinen MVP-Tipper gab, stelle ich euch heute Benchs Championship-Aufstellung für die zweite Liga vor. Und so sieht das ganze Ding aus. Hoffmann im Tor, Siersleben, Benkovic, Donkor in der Verteidigung. Im Mittelfeld Beste, Kittel, Benesch, Saad und Metcalf. Und im Sturm, Kleindienst und Königsdörfer. Ich könnte euch jetzt was erzählen, bringt aber nichts. Deswegen lese ich euch einfach vor, in Bench-Manier, was er mir dazu gesagt hat. Und ganz ungefiltert versuche ich das im Bench-Style zu machen und lese einfach ganz frech ab. Hamburg und Heidenheim mit Endspielen müssen jeweils drei rein. Jatter und Reiß gesperrt, damit Königsdörfer und Benesch Ersatz. Kittel aktuell Mann der Stunde. Heidenheim-Tandem, Beste-Kleindienst und Siersleben, weil Budget eng. Pauli zwei Offensive, weil ich viele Tore erwarte. Beide sehr günstig. Braunschweig braucht noch einen Dreier, um safe zu sein. Gehen auf Clean-Sheet in Rostock. Auch drei günstige Abwehrspieler, Torhüter und Donkor immer mal für einen Scorer gut. Ja, was sagt ihr dazu? Ist euer MVP da dabei? Nochmal der Hinweis, schreibt den MVP unten in die Kommentare rein. Wir überlegen uns da eine schöne Überraschung für denjenigen, der das richtig tippt. Bevor wir hier zum Ende kommen, auch nochmal der Hinweis, dass es für den letzten Spieltag natürlich auch wieder viele Challenges gibt. Outfitter x Adidas, die Crunch-Time-Challenge, sehr, sehr geil. Auschecken, Matchday-Challenge mit dem Saisonfinale und auch Willi vs. Jamie Leveling. Also, es gibt einiges zu tun. Ganz viel Spaß am Wochenende. Ja, und ich habe jetzt die große Ehre, die letzten Worte nicht nur für diese Episode, sondern für die ganze Saison zu finden. Denn ihr wisst, zu 95% der Zeit steht Janni hier und versucht euch mit Content zu versorgen. Deswegen auch von seiner Seite aus ein riesengroßes Dankeschön für alle da draußen, die eingeschaltet haben, einen Daumen nach oben dagelassen haben, die abonniert haben und vor allem die unten in den Kommentaren drin sind. Denn der Austausch mit euch macht so viel Spaß. Es ist richtig geil, immer mal zu gucken, was sind eure Meinungen, wo hat man falsch gelegen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Deswegen vielen Dank an der Stelle, vielen Dank für euren Support und wir hoffen, dass wir euch nächste Saison wieder begrüßen dürfen, wenn es heißt All Eyes On Championship. Ich wünsche euch einen geilen Spieltag. Bis nächste Saison. Bis nächste Saison. Bis ändertique die Saison deine Saison abier perfectly내é. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis bald! Bis bald!